Das Zebra. Das Zebra war höchst deprimiert, denn statt gestreift war es kariert. Gewiss solch Karo-Muster gelten in Zebra-Kreisen als sehr selten. Zudem kariert es, welches klein, gilt weltweit kaum als Wunsch-Design. Drob, dass dies aus der Mode kam, fühlt's Zebra durchaus Body-Charme. Ja, man muss sagen, indigniert das Tier, fühlt sich diskriminiert. Drum riet man ihm so wendig Schnelle an die Antidiskriminierungsstelle, die liegt am Rand der Serengeti und Intagreti und Templeti. Sogleich macht auf sich die Karierte zur Stelle, wo es sich registrierte. Und nach Beschwerdetätigung sofort erhielt Bestätigung, und zwar in Form eines Bescheids, in dem stand vorgedruckt bereits, dass niemals wegen der Karierung erfahren sie darf Diskriminierung. Allein schon von Gesetzes wegen, das kommt dem Zebra sehr gelegen. Nun, wie befreit von schwerer Schleppe, trabt es vergnüglich durch die Steppe, erfreut sich wahrer Stimmungswandlung dank amtsverfügter Gleichbehandlung. Dort trifft es, weniger götzlich, auf einen jungen Löwen Menschen. Plötzlich, der Kennen des Gesetzes braucht, behandelt es wie andere auch. Mahlzeit!